Bhagavad-Gita, Vers 3.30 Deshalb, o Arjuna, gib all deine Handlungen mir hin, richte deinen Geist auf mich und kämpfe ohne Verlangen nach Gewinn und frei von Egoismus und Gleichgültigkeit. Erklärung Dieser Vers weist deutlich auf das Ziel der Bhagavad-Gita. Der Herr unterweist uns, dass man, um völlig Krishna bewusst zu werden, seine Pflicht so erfüllen muss, als würde man im Militär dienen. Eine solche Unterweisung macht die Dinge vielleicht ein wenig schwierig. Nichtsdestoweniger müssen die Pflichten in voller Abhängigkeit von Krishna ausgeführt werden, weil dies die wesenseigene Position des Lebewesens ist. Das Lebewesen kann nicht unabhängig von der Zusammenarbeit mit dem höchsten Herrn glücklich sein, weil es die ewige, wesenseigene Position des Lebewesens ist, sich den Wünschen des Herrn unterzuordnen. Shri Krishna gab Arjuna deshalb den Befehl zu kämpfen, gleichsam als wäre er dessen militärischer Befehlshaber. Man muss alles dem Willen des höchsten Herrn opfern und zur gleichen Zeit seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllen, ohne dabei irgendwelche Ansprüche auf Eigentum zu erheben. Es war nicht Arjunas Angelegenheit, sich über den Befehl des Herrn Gedanken zu machen. Seine Aufgabe bestand einzig und allein darin, diesen Befehl auszuführen. Der höchste Herr ist die Seele aller Seelen. Wer daher voll und ganz ohne eigene Überlegung vom höchsten Herrn abhängt oder mit anderen Worten, wer völlig Krishna bewusst ist, wird Adyatma-Jetasa genannt. Nirashihi bedeutet, dass man nach der Anweisung des Meisters handeln muss. Auch sollte man niemals fruchtbringende Ergebnisse erwarten. Der Kassierer zählt für den Bankdirektor Millionen von Mark, doch er beansprucht nicht einen Pfennig für sich selbst. In ähnlicher Weise muss man auch erkennen, dass nichts in der Welt einem bestimmten Menschen gehört, sondern dass alles das Eigentum des höchsten Herrn ist. Das ist die wirkliche Bedeutung von Mai zu mir. Und wenn jemand in solchem Krishna-Bewusstsein handelt, beansprucht er ganz sicherlich nichts als sein Eigentum. Dieses Bewusstsein wird Nirmama, nichts gehört mir, genannt. Und wenn gegen einen solch strengen Befehl, der keine Rücksicht auf sogenannte Verwandte oder körperliche Beziehungen nimmt, irgendein Widerwiller besteht, sollte man diese Abneigung von sich werfen. Auf diese Weise kann man Migata-Jvara, das heißt frei von fieberiger Mentalität oder Lethargie, werden. Jeder muss entsprechend seinen Eigenschaften und seine Position eine bestimmte Tätigkeit ausüben. Und wie oben beschrieben wurde, sollten all diese Pflichten im Krishna-Bewusstsein erfüllt werden. Das wird einen Menschen auf dem Pfad der Befreiung führen.